Und was machen wir dann? Du baust eine Bar. Dann gehst du in den Keller und brennst Schnaps. Das finden wir noch aus, wie das funktioniert. Und ich mixe Cocktails. Und wie heißt die Bar? Drei Finnen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020